Und, Watson, heute gar nicht am Trübsal blasen. Nein, nein, musste ich auch nicht mehr. Ich war beim Arzt, alles halb so wild. Wenn ich nur regelmäßig meine Medikamente einnehme. Schluckimpfung quasi. Ich hab wieder Zeit. Herr Kollege, das kann aber auch ins Auge gehen. Was? Sagen Sie? Das stimmt. Und das hat er Ihnen jetzt verschrieben. Das sagt man nur so. Sie können sich vielleicht hier, ich aber nicht, in den Mund einnehmen. Achso. Und, wirkt es schon? Das schmeckt aber überhaupt nicht. Dann raus damit. Ja. Wissen Sie, Herr Kollege, man hätte Ihnen die Hohlraumtherapie verschreiben sollen. Was? Sehen Sie, hier haben Sie einen Hohlraum. Und der kann gefüllt sein oder auch nicht. Und wenn da nichts ist, was kaputt gehen kann, dann geht auch nichts kaputt. Verstehen Sie? Nein. Na, ein Versuch war es wert.